Servus Kameraden, willkommen zurück zu VLT Replays, ich bin Köln, Replay Challenge, Kälter der Woche 18 ist im Gange, wir sind unterwegs mit Max Power 78 vom Clan Rink im KV-2, einer der gefährlichsten was die Kanone angeht, 152 mm 910 Schaden auf HE, wir haben nur HE dabei, alles andere macht doch keinen Sinn, ein absoluter Schreck für jeden, auf Stufe 4, 5, 6, 7 und 8, nämlich da kommt er überall rein, selbst Achter scheißen sich ein, wenn die kleine Stummelkanone um die Ecke kommt, ich habe den selber, ich mag ihn nicht besonders, weil die Kanone einfach zu lange reloadet, aber auf einer Startkarte, und wir sind hier in Ensk auf einer Startkarte, ist das Ding einfach mal übel. Im Gegnerteam, ein OI ist der einzige Panzer, der kein One-Shot ist, der Rest wird mit normalerweise einem Klick direkt in die Garage befördert, egal, dicker Max M44, Panzer 4H, es ist vollkommen Wurscht, ein Schuss, ein Treffer, weg ist er. So, da haben wir schon einen Panzer 4H, ne, noch dadurch nicht mit One-Shot, das heißt, wir haben ihn nicht original oder nicht richtig getroffen, an der richtigen Stelle getroffen, ist er weg, ist einfach so. Reloadzeit um die 20 Sekunden, wir fahren nicht mit Extra-Ration, macht hier wenig Sinn, ist halt nur Stufe 6. Eine kleine Erste-Hilfe-Kiste, also ein paar Pflaster haben wir dabei, ein paar Batterien und einen Wagenheber und ein Eimer Wasser, das war's. Jo, hier und da prallt was ab, von Stufe 4 auf jeden Fall, Stufe 5 auch der eine oder andere Schuss, Stufe 6 sieht es schon ein bisschen anders aus. Der Turm ist relativ hoch, ziemlich weich und, ja, ist halt so. Man muss genau überlegen, wann fährt man vor, wann setzt man einen Schuss, denn die Kiste, der ist weg. Zack, One-Shot-One-Kill, 270 Schaden. Und das war noch ein Low-Roll, weil er halt nicht mehr hat. So. Der UI drückt direkt vorn am Marktplatz vorbei, hat ebenfalls eine gute Kanone, allerdings, ich glaube, mit 700 Schaden, wenn mich nicht alles täuscht. Ne, der war wieder weg. T28 hinter dir. Da wird sich der T34 drum kümmern. Jawoll. Ein Schuss, ein Treffer. M7 verabschiedet sich in die Garage. 3 zu 5 steht es. Das lange Nachladen ist halt ein bisschen ein Problem. Eher ein langsamer Turm wäre das nächste Problem, denn bis der, der den Turm gedreht hat, sind fast alle leichten Panzer lockert um dich drum herum gefahren und schießen dir von hinten in den Turm oder ins Heck oder sonst wo hin. So, 974 Schaden haben wir gemacht. Zwei Kills bisher. Der Gegner allerdings ordentlich auf dem Vormarsch. Die Kette ist gezogen. 436er Stelle am UI. Untere Wanne war genau der richtige Spot zum Schießen. Trotzdem sind wir bei 4 zu 8. Panzer 4H auf der rechten Seite. Vorsicht bei dem. Wenn der mit HE schießt, ist natürlich auch sofort die Kette weg. Hoppala. Alle bleiben hängen. Unglaublich. Wir fahren zurück, um das Cap zu verteidigen. T-34 steht drin. Oh, das hat weh. Panzer 4H mit der HE Schelle. 105 Millimeter. Alle bleiben hängen. So geil. Guck, guck. Hätte man fast ran können, aber es ist besser, dem 60 GFT da nicht die Möglichkeit zu geben, zu schießen. Weil wenn die Kette einmal weg ist, ist das dann wieder ein bisschen blöd. T-34 links. Hallo. Kannst nur auf Konfrontation fahren. Und hoffen, dass der M3 nicht rausfährt. Das gibt es ja nicht. Guck, guck. Ja. T-34 und die Stuck gibt dir dafür einen hübschen Schmatzer in die Seite. 1824 Schaden haben wir gemacht. Jetzt bist du fast auf dich gestellt. Die SU-76 GFT ist fast zu vernachlässigen. Jetzt halt nur Stufe 4. Und wir haben noch eine Art Tallerie Stufe 6. So. Alle, die auf dem Spielfeld sind, sind im One-Shot. Das bedeutet, du kannst dich hier richtig austoben. Wir haben 4 Kills auf der Ruhr. Es ist vom M-44 noch ein bisschen was zu erwarten. Nach der Einziehzeit irgendwas um die, keine Ahnung, ewig lang. Wahnsinn. Selbst auf die Entfernung muss man alles einzielen, um hier einen richtigen Treffer zu setzen. Du dürftest offen gewesen sein. Das heißt, die wissen, wo du bist. Wenn sie sich jetzt richtig anstellen, nehmen sie dich in die Zange und normalerweise dann auch auseinander. So. Hat aber nichts zu bedeuten. Jawoll. Stuck 4. Bleib angewinkelt. Warum fährt der zurück? Ich verstehe das nicht. Du brauchst 20 Sekunden zum Nachladen. Es ist typisch, dass die Leute nicht wissen, mit was für einem Panzer sie selber fahren und gegen was für Panzer sie hier antreten. Der zieht sich zurück. Von rechts ist der 38 NA. Und tschüss. T-40 ist raus. Na. Du musst Premium schießen. Oder drum rumfahren und hinten rein. Das geht näher anders. Ein UI noch. Ein AMX 40. Der ist auch recht langsam. Und der Panzer 38 NA. Da ist der AMX. Kommt genau richtig. Hallo. Und daneben. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja nicht. Der ging daneben. NA kommt nicht durch. Keine Chance. Wird gerammt. Was ist wichtiger? Der Große, bitte. Jawoll. Sehr schön. Bleibt immer hängen. Das ist schon ziemlich unfair. Hat keine Premium-Motion dabei? Oder ich habe keine Ahnung. Aber das bringt nichts, mein Freund. Falls du es noch nicht gemerkt hast, du hast... AMX 40 ebenfalls. Zwei Vierer. Was sollen die machen? Ganz ehrlich. Du bewegst dich, wenn wir ganz ehrlich sind, hier allerdings raus aufs freie Feld. Und es gibt noch eine Artillerie. Die kann ich zwar nicht mit einem Schuss rauslöschen. Hier mit zwei. Aber es ist schon ziemlich mutig, was du da machst, ne? AMX 40 ist noch. Da ist die M44. Jawoll. AMX 40 geht direkt in die Werkstatt. Neun Kills. Neun Kills. 2542 Schaden. Ich glaube, die M44 ist von der Geschwindigkeit her ähnlich schnell wie du. Das heißt, das wird jetzt ja ein Katz-und-Maus-Spiel. Wenn sie clever ist, versucht sie einfach nur vor dir wegzufahren. Und keinen Schuss mehr anzusetzen, weil es nichts bringt. Du löstest mit einem Schuss aus. Sie schafft das bei dir nicht mit einem Schuss. Stufe 6 gegen Stufe 6. Allerdings der eine fährt eine richtige Artillerie. Und der andere eine, die fast gerade schießt. 30 kmh. Das ist übrigens nicht die Top-Kanone. Die Top-Kanone hatte 100, 7mm. 167 Durchschlag und 300 Schaden pro Schuss. Macht allerdings wenig Sinn. Kann man sich auch einen T-150 kaufen. Bringt dann ähnlich viel. So. Wir erobern die Basis. Wir erobern die Basis nicht. Wo ist die M44? Hat sie sich komplett zurückgezogen, oder? Hat rausgefahren sein aus dem offenen Feld, um vor dir zu flüchten? Da bleibt auch nichts anderes übrig. Jo. Solange es hier noch so geht. Leute, wenn ihr ein Replay habt, bitte mir einfach einschicken. Zugangsdaten oder Kontaktdaten findet ihr in der Videobeschreibung. Muss kein Master sein. Muss kein super, wahnsinns geiles Top-Replay sein. Wichtig wäre, dass es euch Spaß gemacht hat. Und dass vielleicht das ein oder andere spektakuläre Begebenheit dabei ist. Wie gesagt, Master ist nicht Pflicht. Einfach mir zuschicken. Ich nehme es dann auf. Kommt dann in die Replay-Challenge. Die Replay-Challenge zu gewinnen gibt es jede Woche 10 Euro als Gold oder eine Gold-Währung. Was braucht man dafür? 120 Aufrufe bei YouTube. Und man muss die Replay-Challenge gewinnen. Das heißt, die meisten Klicks aufs Video zählen. Und die meisten Likes. Das heißt, Likes zählen dreifach. Angenommen, man hat 100 Klicks aufs Video. Reicht das noch nicht, um die Replay-Challenge zu gewinnen. Man braucht mindestens 120. Und hat 10 Likes. Likes zählen dreifach. Das heißt, 30 und 100 macht 130. Genaue Beschreibung, wie gesagt, gibt es unterhalb vom Video, beziehungsweise bei mir auf dem Kanal. Einfach reinschauen, wenn es noch Fragen gibt, mich anschreiben. Ich schreibe irgendwann zurück. So. M44, wo bist du? Zeig dich, zeig dich, zeig dich. Kann ja nicht ewig so weitergehen. Da ist sie ja. Sag kurz Hallo. Nein. Die würde ja gleich eine Schelle verpassen, denke ich mal. Jawoll. Wir können alles reparieren. Wir können die Besatzung zurück ins Leben rufen. 151er Schelle, das ist okay. Ich dürfte sie gleich wieder zugeben. Einfach durchfahren. Ich dürfte in der Zwischenzeit auch nachgeladen haben. Da ist sie. Und tschüss. Flink ist sie ja. Hatte aber nichts genützt. 2800. Jawoll. Die hast du dir verdient. Schauen wir uns mal an, wie die Kiste früher ausgesehen hat. Da steht da. Kurze Kanone. Relativ ungenau. Liegt unter anderem auch da in der Ruhrlänge. Da steht sie in der Familie. KV2, KV1. Und hier ist auch noch irgendwas. Hübsch, hübsch, hübsch. Auswertung. Top Gun. High Kaliber. Stahlwand. Okay. Stahlwand mit dem KV2 ist auch nicht unbedingt Standard. Defender. Kolobanov. Und eine Pol. Alter Schwede. So viel Lametta. Hier ein bisschen Gedöns und Gezuppel. Und ein hübsches M. Wenn das nicht verdient ist, weiß ich auch nicht. 1.627 HP. Mit einem Sechser. In einem Fünfergefecht. Mit Viererbeteiligung. Das ist ordentlich. 47.000 nehmen wir ein. Keine Kreditmaschine. 12.000 gehen für Munition drauf. Ein bisschen was zum Reparieren. Und ein bisschen was für Konsumgüter. Am Ende 26.895 netto. 15 Schüsse abgefeuert. 11 haben getroffen. 11 haben wir schlagen. Bei der langen Nachladezeit. Jeder Schuss, der daneben geht, ist in der Regel gefährlich für dich. Wegen der 20 Sekunden Nachladezeit. Jo. Wenn es euch gefallen hat, wie immer fleißig draufklicken. Like, da lasst ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und ich bleibe bis dahin natürlich für immer Rükeule. Macht's gut und ciao.